Initialdosis. Initialdosis ist die Anfangsdosis eines Medikamentes. Oft ist die Initialdosis höher als die Erhaltungsdosis. Wenn man die nötige Konzentration eines Wirkstoffes im Blut erreichen will, dann braucht es zunächst mal eine Initialdosis. Anschließend reduziert man diese auf die Erhaltungsdosis, um keine Überdosierung zu erzeugen. Es gibt Initialdosis sowohl in der Allopathie wie auch in einigen Bereichen der Naturheilkunde, zum Beispiel auch in der Phytotherapie. Es gibt manche Medikamente, die wirken sofort. Dann braucht es manchmal nur eine Initialdosis. Es gibt andere Medikamente, die wirken sofort etwas, aber sie müssen über einen längeren Zeitraum einen Wirkspiegel erhalten. Da braucht es oft eine höhere Initialdosis und danach wird man das Medikament oder auch das Phytopharmacum, also die Pflanzenmittel, reduzieren. Wiederum gibt es andere Medikamente, bei denen ist es klüger, zunächst langsam und mit einer geringen Dosis anzufangen und die Dosis schrittweise zu erhöhen. Gerade bei Medikamenten der Pflanzenmittel, die ein breites Nebenwirkungsspektrum haben oder auch Nebenwirkungen haben, die unangenehm werden können, das besser man nimmt eine niedrige Initialdosis und schrittweise erhöht man sie, damit der Körper es verträgt.